ja hallo zusammen da bin ich wieder mit meinem let's play zu kummer den konkurrenstufe und 1 remastered edition auf seiten der sowjets gegenschlag ganz genau und direkt mit einer geilen mucke hier direkt mit einer mega geilen mucke und wir waren jetzt mal mission 3 angekommen und wir müssen hier wieder die alliierten platt machen so allerdings war ich gerade ein bisschen verwundert im letzten part warum da die flugzeuge nicht alle mit geflogen sind hier dass sie noch nicht mal eine energie platt kriegen was soll das denn die kriegen die kriegen sie echt nicht kaputt ne das ist die schießen so daneben und was auch du scheiße okay die sammler die müssen langsam aufpassen wo sie sammeln ja da kommt wieder ein atombombe macht da hinten okay gut das ist in ordnung heute sammeln war lieber hier hinten kommt das ist mir zu riskant da vorne da ist mir lieber das ist mir zu riskant ganz ehrlich da hinten haben wir nämlich schon alles befreit und ja da würde ich sagen spielen hier war einfach mal weiter die karte hier aus so was haben wir da da ist frei okay wir kriegen es einfach nicht hin wir kriegen es nicht hin hey oh man so sehr gut und schon aber wieder keine kohle mehr hat die mucke ist auch geil der repariert das mit der sack der repariert das ja ja komm dann treff doch einfach mal das kann doch nicht wahr sein dass sie das ding einfach nicht treffen eben mal ja gut egal leute was zur hölle genau die mucke so alles klar dann aufdecken so dann linke ich diese flugzeuge nämlich jetzt erst mal so und dann am besten jetzt hier hoch alle zusammen das bringt schon ein bisschen mehr ja wobei der da manneken baut ach scheiß egal kommt leute nämlich ist mein team 1 und macht ihm seinen sammler mal da platt so müssten auch wieder nein die sind um gottes willen die sind ganz und gar nicht voll gut egal dann fliegst du mal direkt in die werkstatt so machen die jetzt den sammler da platt alles genau das kann sich aufladen fahren und team 1 macht jetzt mal diesen diesen sammler da im arsch so komm sammler weg mit der du der braucht keine kohle mehr vergesset so zack zack geil so ach du scheiße die sind ja eklig so alles klar dann fahrt man da rein die flugzeuge die können es noch mal versuchen da kommt noch irgendwo ne oh gott das war nah dran leute das war nah dran an unserer basis oh mein gott okay wir müssen uns ein bisschen beeilen tatsächlich ist diesen radar hier einnehmen und ja leute cool dass immer wieder hier dabei seid bei command and conquer ein projekt was nach wie vor sehr beliebt ist finde ich gut was ist das denn was ist das radar station nicht das ding hier okay auch okay das ding müssen wir dann einnehmen okay ich verstehe wobei müssen nicht wir können und es ist einfacher wenn was machen deswegen machen wir das halt einfach weil wir dann sehen wo die alliierten ihre forschung betreiben nach dieser atombombe das muss das will ich definitiv herausfinden einfach alles weg machen hier ach zack und das war's sehr schön neute ingenieur komm mal bitte her ja genau wo noch mal ein paar einheiten nein keine sammler die mucke so dann speichere ich das ding noch mal weil ich würde jetzt ganz gerne nämlich eine rakete drauf feuern das ding dann direkt im arsch geht es geht direkt im arsch ich glaube es nicht leute das geht direkt im arsch naja gut dann machen wir es anders das ding hält ja gar nichts aus hier so dass denn gut egal dann schießt einfach mit dem panzer drauf wenn das ding so empfindlich ist so gut kann der dann nämlich jetzt das ding hinnehmen so ich baue mal lieber noch eine kleine energie bevor gleich die energie weg geht ja ist gut so jetzt haben die angriffe auch irgendwie aufgehört also diese ganzen nerv angriffe die haben aufgehört so dann hat euch mal bitte reparieren ziel erreicht sehr gut was noch eine minute was so gab es hier ein zeitlimit jetzt sehen wir wo die test was ah ok jetzt sehen wir wo er seine ach da ok da sind die testgebiete ich verstehe leute seht ihr dass das war doch ganz gut das war doch ganz geil eigentlich dass wir da das ding jetzt eingenommen haben weil jetzt sehen wir da die testgebiete wo er seine atombomben abschmeißt das ist natürlich mega nice das ist mega nice so baut da jetzt noch ein paar raketen wer vergleich die reparieren sich weiter die fliegenzeuge können mal dieses minikinder platt machen das nervt so das ding kann ich auch mal reparieren ist er weg der ist weg sehr schön so naja das problem ist jetzt halt die sammler die sammeln ewig weit weg naja das ist das ist echt scheiße dass wir jetzt da wieder so Geldprobleme haben ne aber gut das ist halt Gegenschlagkampagne ne da hat man öfters Geldprobleme habe ich das Gefühl ja pf gut der nächste sammler ist fertig beziehungsweise hat eine volle Erzladung hier so und dann kriegen wir hoffentlich mal in dieser Folge diese Mission locker hin ja sollte klappen da sind noch Manneken die können wir platt machen die können wir alle platt machen so so alle bitte so das auch sehr gut dafür sind die Flugzeuge nämlich super geeignet für die Manneken äh definitiv also Manneken kriegt man mit denen echt super schnell down was machst du denn da hallo so nicht rumbacken hier was zur Hölle so jetzt so da versucht es wieder da unten oder was ne ok passt Leute oh sehr schön wir brauchen jetzt noch ein paar Kampfpanzer und dann können wir angreifen gehen schon wie nice wie nice so ja das alliiert auch Geschichte dann oh schau dich das an gute Leute Flugzeuge da kommt wieder ne Atombombe gleich so und zack weg damit so wo ist jetzt das Testgebiet Einheit bereit wo ist jetzt das Testgebiet Leute wo ist die Fahne wo ist es boah 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 alter ho Leute das alter ähm scheiße äh oh mein Gott was soll das denn voll auf meinen Bauhof ey was für ein Wichser wirklich was für ein Penner oh man Leute so dann nehmen die eine hier weg da muss ich jetzt hier was verkaufen tatsächlich oh mein Gott ja toll ich hab keinen Radar mehr ne ja da muss ich jetzt mit diesen Einheiten äh die Alliierten platt machen das wird lustig das wird jetzt lustig Leute oh man da muss ich jetzt echt mit diesen Einheiten hier den Alliierten Sack platt machen was für ein Penner hat der voll auf in meine Basis reingeschmissen ne Atombombe ey das kann doch nicht wahr sein Leute ja gut aber wir haben die besseren Waffen das müsste das muss klappen jetzt hier Leute was war das denn das gesehen ey das war ja mega krass ey voll auf meinen Bauhof dieser Penner ey naja gut egal das kriegen wir hin Leute das kriegen wir schon hin hier mit unseren Einheiten die wir hier haben das kriegen wir hin der hat nicht so viel so liebe Leute dann einfach weiter einfach weiter so da ist noch ein Sammler weg damit haha geil boah das waren jetzt das war eine krasse Aktion von ihm da gerade was warum so das war eine krasse Aktion hat er mir einfach meine ganze Basis auseinander genommen der Penner ey aber wir können noch Kampfpanzer bauen wir können noch Einheiten bauen was zur Hölle ich hab die Sachen ich hab die Sachen doch im Arsch gemacht warum so ja schaut euch das an wir haben echt die besseren Waffen hier so rums weg damit ey so weg damit so einfach alles platt machen ne ja einfach alles platt machen Leute diesen Turm diesen Turm da weg machen ich seh natürlich jetzt nichts mehr ne auf der Karte ob der noch irgendwo was hat ich kann ja auch nichts bauen ich kann mir theoretisch wieder einen Bauhof holen aber wozu wozu so den haben wir auseinander genommen hier Leute muss ich sagen boah sehr schön haben wir sogar noch Einheiten über sehr schön ja ich glaube jetzt im Blindflug die letzten Minuten in der Mission aber das haben wir doch gerockt auch obwohl er uns die ganze Basis weggenommen hat mit seiner scheiß Atombombe haben wir ihn platt gemacht auch wenn ich jetzt natürlich nichts mehr sehen kann ne das ist natürlich dass ich nichts mehr sehen kann pff schaut euch das an ey der hat alles platt gemacht wirklich alles wir haben sogar hier noch einen Invasor ja gut kommt dann äh sammelt euch alle da so so Leute dann haben wir ja doch hier einiges an Einheiten ja ein Überschuss an Einheiten sehr schön ja das ist jetzt natürlich gerade ein bisschen unkoordiniert hier aber wir haben es gewonnen kommt da ist eine Raffinerie noch weg damit ja weg damit Leute der hat noch was ja der hat noch was so ein Schatten Generator auch weg damit so und das Tech-Zentrum weg damit Ziel erreicht wir mussten sogar nur das Tech-Zentrum platt machen natürlich mh ok und der war auch ganz hinten in der Ecke ja damit wir den noch ja nicht erobern so dann sollte es aber das gewesen sein damit haha perfekt perfekt Leute obwohl der uns die ganze Basis weggenommen hat inklusive Bauwurf haben wir es gewonnen war geil haha gut liebe Leute dann würde ich mal sagen machen wir direkt mal weiter abschließende Ukraine nukleare Eskalation Bonusgalerie freischalten ok cool 500 Alliierte wieder oh mein Gott wieder so viele platt gemacht hier haha aber gut ich möchte nicht wieder gespoilert werden bitte nicht wieder spoilern hallo jetzt hört doch mal auf beenden ist auf jeden Fall eine angenehmere Karte das ist schon mal gut so Bonusgalerie Hintergrundillustration des Raketensiesels aus Alarmstufe Rot ja das Bild ist sehr bekannt muss ich sagen also das war ja auf dem Playstation Cover glaube ich damals drauf ja cool ok gut Leute dann würde ich mal sagen vierte Mission Gegenschlag Teslas Erbe Teslas Erbe ah ok hört sich cool an der Name so dann gibt es jetzt einen kleinen Text genau Befehl des obersten Kommando 543 Prochnow ok Autorisierung Moskauer Premier Befehl die Alliierten haben wichtige Informationen über unsere MIGs gestohlen wir wissen nun dass die Alliierten eine eigene MIG mit einem atomaren Sprengkopf konstruieren wollen ach du Scheiße die mit ihren Atombomben ey wir haben in der Gegend eine Basis errichtet es liegt jetzt an ihnen den Prototypen des Flugzeugs um die entsprechende Basis zu zerstören wir haben ihnen eine Reihe neuer Tesla Panzer geil zugewiesen damit ihnen die Aufgabe etwas leichter fällt sie sind unersetzlich verschwenden sie sie also nicht shit ok dann haben wir also doch keine ach du Scheiße ja äh vorkonstruierte Basis das heißt ah da sind sie vorkonstruierte Basis heißt immer Scheiße Leute wir haben keinen Bauhof was zur Hölle wir haben keinen Bauhof wir können nichts bauen oh man ah aber hier sind da seht ihr das diese Radarstörgeräte ja genau die Radarstörgeräte und das sind in Wirklichkeit Tesla Panzer also richtig geil tja wir können nichts bauen hier ne keine Gebäude bauen natürlich äh scheiße ein riesen Map einen Sammler nur und wenn wir den verlieren dann haben wir eh verloren pfff ja knackige Missionen hier wirklich knackige Missionen hier ich würde sagen ich baller das hier einfach mal im Arsch hier der Style Demons Pub genau so die Kirche platt machen da ist nämlich Geld drin Alter da ist Geld drin oder eine Heilkiste ja auch nicht schlecht wobei ich die eigentlich eher später gebraucht hätte ne so dann machen wir hier mal weiter bisschen Stress hier einfach die Gebäude platten oh und da ist ein Panzer will der aufmucken? ja wenn der aufmucken will dann kann er gerne kommen weil die 5 Männchen reichen um den platt zu machen was zur Hölle ja dann mach den halt platt oder keine Ahnung da ist ein Fass mach das Fass mal im Arsch da gleich ja dann keine Ahnung 3 Kampfpanzer ist schon nervig ja 3 Kampfpanzer Leute und ja wutz 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 geil dann nehm ich mich gleich bei dem Tesla Panzer und geh mal los so die sind unersetzlich ok wir dürfen die nicht verschwenden die Dinger haben so gesagt ok der Eric mach den Eric mal platt und dann den da so und dann ist hier vielleicht sogar noch ne Kirche weil Kohle kann man ja immer gebrauchen jetzt Panzer jetzt geh doch mal weg ah was versucht der denn da das war auch nicht schlecht oh man weiter drauf so du 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 die Mucke ey so korrekt Leute da haben wir das hier schon mal erledigt der Dorf passt zur ich sag hier gut alles klar ich dachte schon hä so dann würde ich sagen erkunde ich mal mit diesen oh schaut ne Tretminenleger Tretminenleger ja gut aber brauche ich jetzt nicht unbedingt sehr gerne oh ein Gummi zwei Gummi Panzer sehr gerne sehr gerne zwei Gummi Panzer ok macht er kaputt da los jawohl 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 die Krone-Panzer bauen konnte. Kommt mir irgendwie bekannt vor die Karte. Na gut, da war nämlich hier unten die Tanja und genau. Na gut, wie gesagt, ich gucke einfach mal hier weiter. Freue mich, dass ihr nach wie vor dabei seid. Und was macht der da jetzt? Was will der da jetzt versuchen? Dieser Penner. Dieser Penner, der versucht mal in Flammturm zu outrangen. So, und rums. Weg damit. Sehr gut. Dieser Penner, ja. Wie gesagt, ich freue mich, dass ihr nach wie vor dabei seid. Und währenddessen, während ich erstmal hier die Karte erkunde, trinke ich mal einen kleinen Schluck Apollinaris, Leute. Sofort. Ach, sehr schön, Leute. Apollinaris ist einfach geil. Oh, da ist ein Hubschrauber. Was zur Hölle? Tss. So. Da ist ein Hubschrauber. Das heißt, seine Basis sind natürlich ganz unten links. Und da sind Edelsteine. Da hinten sind Edelsteine. Zack. Egal. Warte, ich gucke einfach jetzt weiter hier auf der Karte. Mal gucken. Teslas Erbe also, ja. Okay, interessant. Teslas Erbe. Interessanter Missionstitel, ja. Oh, was haben wir denn hier? So einen kleinen Vorposten. Okay. Och, das ist doch ein Sack. Lass meinen Flammenturm in Ruhe. Penner. Verdammt. Die sind unersetzlich, die Gebäude hier. Und auch der Sammler. So, dann. Teslas Bulle, zeig, was du kannst. Boah, ist der dreist, Leute. Ist der dreist. Ja, gut. Ich habe hier schon einiges an Einheiten. Also, sollte passen. So, gut. So, dann fahr die einfach platt. So, sehr schön. Sehr schön, Sammler. Ja, gut. Dann würde ich sagen, nehme ich mir nochmal die hier. Und fahren wir hier runter. So. Sehr schön, liebe Leute. Kann ich nämlich mit denen mal so ein bisschen was platt machen, was hier so rumfährt. Die sechs Tesla-Panzer, die stelle ich mal da hin. Tesla-Panzer sind nämlich immer gut. So. Dann. Dann druff da los. Was ist das hier? Kaputt machen. Kaputt machen. So. Rums. Und hier. Rums. Und kaputt machen. Und kaputt machen. Geil. Leute. Richtig cool. Bratz, Bratz. Wie gesagt, diese Mission kenne ich auch nicht. Ich habe keine Ahnung, was mich hier erwartet. Also. Ruts. Weg damit. Nein, 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 nein. Nichts da, so. Weg damit. Oh, Hubschrauber. Oh, da ist eine Basis. Da ist eine Basis. Oh mein Gott, Leute. Äh. Ja, wir müssen hier einfach alles platt machen, oder? Meine ich. Ich meine, das war so, ja? Wir müssen hier einfach alles platt machen. So, was ist das da oben? Was versucht er da schon wieder? So. Einfach reinfahren da so. Los. Macht diesen Hubschrauber endlich platt. Was zur... Da war die Mig mit der Atombombe, Leute. Ach, geil. Die blaue Mig, ey. Hat da seine eigenen Sachen da platt gemacht, ey. Ja, ja. Hat da seine eigenen Sachen platt gemacht, ey. Wo ist mein Sammler? Ach, da. Ich dachte schon... Gott. Ich dachte schon... Der hat mein Sammler jetzt platt gemacht, ey. Nee. Oh, meine Einheiten sind weg. Na toll. Ah, er hat also schon eine Mig mit Atombombe. Hm, interessant, Leute. Aber der soll die einfach mal hier abwerfen. Mitten in der Basis. Ja, das wär's, ja. Tesla-Panzer würde ich am besten... Will ich nicht verschwenden. Äh, um die dann, äh... Ach, Leute, nein. Nein, 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 nein. Tesla-Panzer kommt mal runter. Komm mal runter hier, los. Der Sammler, der muss unbedingt überleben, ey. So. Mach den im Arsch. So. Boah. Gott, ey. Nerv nicht, Mann. So. Die Tesla-Panzer, die ist haben wir nicht mal da. Äh, yo. Gut, liebe Leute. Dann haben wir schon mal den ersten alliierten Stützpunkt mal so ein bisschen... Äh, ja. Ein bisschen auseinandergenommen. Und der Sammler, der kann mal da oben hinfahren. So. Dann warte ich jetzt noch ab, bis die paar Einheiten da fertig sind. Ja, mit den Tesla-Panzern jetzt, äh, da... Da reinzufahren, trau ich mich irgendwie nicht, weil... Ich fahre mit dem rein, kommt. Ich fahre mit dem rein und, äh... Versuche, dass, äh, der seine eigene Basisplatte macht mit dem Atomflugzeug. Das wäre natürlich mega geil. Draufschießen, los. So. Oh nein, jetzt fährt er natürlich durch eine neue Verteidigungswelle, ne? Ja, 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 kommt. So. Wo bleibt die MIG von ihm? Wo bleibt seine MIG? Der soll mal eine Atombombe abschmeißen. Ja, gut, dann war es halt ein Scout. Mein Gott. Dann war es halt ein Scout. Was soll's. Ja, fette Basis hat er hier, ne? Eine fette, fette Basis. Oh, was ist das denn? Kaputter Jeep. Wie geil. Auch nicht schlecht. Ach, du Scheiße! Tesla-Panzer. Platt machen die Scheiße. Los. So. Die Tesla-Panzer in Form von Radar-Störgeräten. Oh Mann. So. Dann weitersammeln. So. Wir werden präpariert. Äh, 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 äh. Wieder kein Geld, ey. Das ist so bescheuert. Immer diese Geldprobleme. Gut, egal. Ich nehme die Tesla-Panzer jetzt mal. Und mache da ein bisschen was platt hier. Oh, was. So. Und nicht schießen lassen. So. Genau. Die Frage ist... Oh nein, der ARD. Okay, das ist nur ein Hubschrauber. Ich dachte schon, das ist jetzt die Atom-Mig. Ich dachte schon, das ist die Atom-Mig, ey. Na, fahr einfach in die Flak. Sehr gut. Schieß doch. Sehr gut. Und Roms. Weg damit. Ha, geil. Gut, liebe Leute. Dann schön reparieren. Wo ist seine Atom-Mig? Ich glaube, die hat er schon... Er hat seine schon abgeschmissen, oder? Er hat schon die Atom-Bombe abgeschmissen. Gut, dann bevor die Folge zu Ende ist, gucke ich mal, was ich mit den 6-Tester-Panzer noch ausrichten kann hier. So. Einfach mal gucken und speichern. Vor allem Mission 4 Add-on. Wieder diese stylische Bucke im Hintergrund, ey. Ja, ja. Ach du Scheiße. Bunker platt machen. So. Platt machen. So, und raus hier. Los. Gut. Sammelt euch einfach da. Und dann machen wir jetzt mal ein bisschen was im Arsch hier. So. So. Und weg machen. Und platt machen. Sehr gut. Uff. So. Und Roms. Geil. Roms. So. Den Hubschrauber wegmachen. Aber wir können mit denen sogar ein bisschen Schaden anrichten. Das ist doch mal mega cool. So. Dann hier. So. Ui. Oh nein. Einer ist schon mal weg. Scheiße. Egal. Leute. Die haben keine Chance, ey. So. Liebe Leute. Dann den Bauhof wegmachen. Das Manneken. So. Ah. Ich liebe diese Dinger einfach. Diese geilen Tesla-Panzer, ey. So. Ja. Sehr schön. Ach du Scheiße. Wegmachen. Jetzt habe ich nur noch vier Stück, ey. Mann. Egal. Mach den weg. Oh Gott. So. Wegmachen. Okay. Gut. Egal. So. So. Sehr schön, Leute. Wir kriegen ein bisschen was platt. Das ist doch mal mega gut, ey. Mit den 6-Tesla-Dingern. So. Rums. Rums. So. Ja. Sehr, sehr geil, Leute. Die machen selber die Arbeit. Schau euch das an. So. Jetzt auf den da oben. Genau. Oh. Sehr geil, Leute. Wir haben mit denen eine Basis auseinandergenommen. Sehr schön. Und rums. Genau. Sehr schön. Oh. Sehr, sehr gut, Leute. Ich würde so gerne noch weiterspielen, aber Leute, die Folge ist voll. Das macht mich so traurig jetzt gerade. Das macht einfach gerade so viel Bock. Wirklich. Vor allem erst mit diesen Tesla-Panzern hier rumzufahren. Einfach so mega, mega stark einfach die Teile. Ja, gut, egal. Äh, Leute, dann würde ich es mal trotzdem mal sagen. Ich spreche euch das Ding an. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Ja, äh, würde mich sehr freuen. Und, ja. So würde ich sagen, würde ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Tschüss, tschüss.